Ich glaube, was mich persönlich zum Changemaker macht, ist, dass ich halt einfach jemand bin, der Menschen begeistern kann. Ich bin in Kammerkund geboren und dort ist die Natur wirklich überall gegenwärtig. Das ist so präsent und in Europa ist es wirklich so, wir der Mensch und die Natur sind zwei verschiedene Sachen und wir leben nicht im Einklang. Deswegen für mich ist es super wichtig, dass wir wieder dazu finden. Hinter mir, man sieht es jetzt gerade nicht, aber da befindet sich ein Gletscher, der unheimlich schnell schmilzt. Und das ist wirklich ein direkter Effekt vom Klimawandel. Und wir sind heute hier, damit wir wirklich nochmal aufzeigen und sagen, so nicht mehr, ganz radikal so nicht mehr. Und das finde ich so spannend, so cool und das macht mich so stolz, für so eine Firma zu arbeiten. Mein Name ist Jennifer Gelbke and I take action for climate.